Hallo. Der müsste da rüber, der müsste da unten in dem Berg sein. Wie bist denn du da drüben runtergekommen? Ich hab mich einfach runtergebuddelt. Du hast auf der Höhe des Stegs hier oben irgendwo einen Eingang gemacht, ne? Da hinten. Genau. Ja, hier. Super. Kohlen! Ja? Ja, in der Treppe hier. Ja, ja. Ja, die hab ich liegen gelassen. Warum? Ja, weil ich mich da gerade runtergebaut hab. Na und? Ach komm. Dann pausiert man sofort. Oh, Kohlen, Kohlen sind zu selten. Ich muss Kohlen haben. Ja. So, warte mal. Ich buddel mich jetzt mal wieder Richtung, äh... Richtung Schlucht. Sollten wir da ja gleich irgendwo rauskommen. Oh, ich hab ein Lichtbuck hier. So ein Fackelbuck. Jetzt ist's hell. So. Äh, Dias. Oh, sehr geil. Sehr, sehr, sehr gut. Dias ist immer fett. Moment, Kohlen. Äh, vier. Moment. Hier ist Eis. Fünf. Sechs. Sechs Stück. Sehr geil. Jetzt so ne Fortune-Spitzhacke und, äh, wir hatten wahrscheinlich so, acht oder so. Ohne Witz. Zehn oder so, ja, genau. Nala. Und Redstone, ja, Dias ist natürlich... Das heißt, wir sind auch schon auf der richtigen Hürde. Lass mal drei hochbuddeln, Alter. Äh, ich hab jetzt so einen Dias hier, ne? Ja, ja. Da rein gesprungen, weil ich eigentlich da drauf gehen wollte. Ein Ding. Komm, wir machen, äh, hier in drei Richtungen. Ja. Wir budden uns in drei Richtungen. Oh. Ja, Dias sind natürlich absolut hervorragend. Sehr fette Beute. Sehr, 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 sehr gut. Oh, Licht. Wo, wo ist der Like-Button hin? Ja, wo ist der Like-Button an den Dias? Genau. Äh, Noob, Aufgabe für... Ey, Noob, das wär geil. Machst du bitte mal auf die Dia, auf die Dia-Ord-Blöcke, machst du dann Gefällt-Mir-Drauf. Genau. Das wär voll der Knaller, Alter. Den Original-Gefällt-Mir-Button, bitte. Also Mario, kurz zur Erklärung. Noob ist, ähm, eigentlich unser treuester, mit unser treuester Gucker. Und der macht die ganze Zeit immer Text, äh, Texture-Packs für uns. Und, äh, jede Menge Specials und so Kram und gibt sich immer übelst viel Mühe. Und, ähm, ja, wie gesagt, also der, äh, bastelt halt andauernd an allem rum. Wir spielen das ja meistens mit einem Text-Pack, was dem Original-Text-Pack ziemlich ähnlich ist. Mit ein bisschen veränderten Rohstoffen, dass du die ein bisschen leichter findet. Durchs Glas kann man besser durchgucken und so. Also nur minimale Veränderungen eigentlich. Und, äh... Ich hab auch nochmal vier Dias eingesammelt, ne? Nein, Knaller, cool. Hallo Noob, wenn du ausguckst, hallo. Ja. Ja. Die könntest du eventuell auch kennen. Hier ist ein Lava ohne Ende. Ja? Ja, aber wenn nur flüchtig. Ja, äh, war auch mal auf dem Server und hat, ähm, neben meinem Shop mal sein Haus gehabt. Und, ähm, Mario mal an dich, wenn du das alles nicht weißt, ne? Dann guck doch bitte mal unser Let's Play. Stimmt. Also, wir beschweren uns nie drüber, wenn wir zusätzlich Abonnenten bekommen und Zuschauer halt vor allem. Ja. Also, es geht uns ja nicht um die Abonnenten in erster Linie, sondern halt um Zuschauer. Ich find's immer total bescheuert, wenn einer sagt so, ja, ich hab wahnsinnig viele Abonnenten und er hat dann irgendeinen Sub-for-Sub-Scheiß gemacht oder so. Ja. Und er hat ohne Ende Abonnenten, aber kein einziger davon guckt seine Videos. Das ist einfach so lächerlich. Ja, das stimmt, das ist echt läppsch. Ah, Lava, scheiße. Hast du Wasser im Eimer? Nee, nee. Die Lava fließt, also kannst du vergessen. Ich hab hier auch ohne Ende Lava. Ich will in die andere Richtung. Bruder, ich brauch jetzt mal so einen Tisch hier, scheiße. Soll ich mal rüberkommen? Weil ich hab ja Wasser dabei. Warte, ich komm mal grad rüber. Gabi, komm mal auch zum Mario. Ich bin, ah, ich hab ja auch grad so cool Lava. Egal, ich komm. Komm mal, warte. Ich hab noch ein bisschen Kruber, gehst du nie mit. So, warte, wo? Ach da, da hast du Gas und Mario ist da drüben. Ah, okay. Äh, ich hör ne Zombe. Ja? Gleichfalls. Ich glaub, ich bruddel mich grad wieder in Richtung Schlucht hier. Ach, die Lava ist da oben, okay. Warte mal. Hier muss irgendwo die Zombe sein. Ich hör sie doch. Oh, das ist hier drüber. So, ich hab die Lava mal kurzerhand gelöscht. Oh, und direkt dabei mal Eisen gefunden. Und Kohl natürlich. Eisen. Und ich hör bei mir Zombe. Vielleicht ist sie auch unter mir. Das hört sich so an, als sei sie direkt bei mir. Oh ja, wär's mal wieder wunderbare Minenausweite hier. Top, ey. Schon wieder Kohl ohne Ende dabei. Wir haben schon ewig keine Lieder mehr gefunden. Fällt mir dabei grad auf. Ja, das stimmt schon. Ja. So, warte mal. Ich guck mich hier mal grad bei der Lava ein bisschen näher um. Oh. Äh, Fackel sollte man da lassen. Und ja, wir werden versuchen, wenn wir jetzt hier viel Lava erkunden sollten, werden wir versuchen, mehr Fackeln zu setzen. Da gibt's ja jedes Mal ungefähr zehn Kommentare zu. Ja, aber es fällt einem selber nicht so auf. Ich hab gerade, ich hab, ähm, halt die Einstellungen ziemlich hoch, was das Licht angeht und, ähm... Außerdem macht YouTube die Videos dunkler. Ja? Ja. Ja, gut, dann ist das natürlich echt immer doppelt scheiße. Wo ist denn die Zombe? Oder nein, das ist nicht YouTube. Fraps macht die Videos dunkler. Genau, Fraps macht immer dunkler auf, als man... Puddel mich hier mal zu der Zombe hoch, ne? Ähm... Ich hab's nicht gefunden. Dias, knaller. Echt? Ja, jetzt echt. Knaller. Ja, Dias sind sehr geil. Wir haben wir nämlich noch... Haben wir nämlich echt noch... Ja, ich bin auch schon da, fast. Schon wieder so ein blöder Fackelback. Hier drüber ist Wasser über dem Block. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, die Zombe. Das ist aber nur, glaube ich, eine Mini-Höhle hier, oder? Da sieht das nur so aus. Ne, da oben geht's noch ein bisschen weiter, glaube ich. Oh ja. Hier kommt Wasser reingeflossen. Da ist, glaube ich, die Schlucht. Ich glaube, das ist... Das waren wieder vier Dias. Sauber. Sehr geil. Sehr geil. Ja, hier ist die Schlucht. Aber ich bräuchte jetzt unbedingt wieder so ein Crafting-Table, ey. Ach ja, warte, lass mal Rad nochmal in dem Gang bleiben, Gabi. Dann machen wir nochmal Rad einen Crafting-Table hin. Das ist aber eine andere Schlucht, eine total schmale, oder? Ja. Ja, komm mal mit hier, Rad nochmal runter zum Mario. Hier ist aber Eisen ohne Ende. Warte, das nehme ich noch mit. Ja, okay. Ja, wir gehen doch da jetzt gleich rein. Eisen. Wo bist du, Mario? Äh, in irgendeinem Tunnel hier. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob ich dich finde. Bin irgendwann seitlich abgebogen, da wo die Lava kam, weil ich ja nichts zum... ...hatte, was die Lava wegmachen würde. Da sind wir da hoch hinaus. Ah, da, ich glaube, ich hab dich gesehen. Ja, Mario, dahinter dir, ja. Hallo. Äh, wer hat denn den Crafting-Table, du oder der Gavi? Ich hab den. Ja, okay, warte, lass mal Rad drüber laufen. Oh, hier, ich hab hier auch einen Dunkelheits-Bug. Äh. Hier ist Eisen. Achso, ja, dann nimmst du dich noch mit. Keine Frage. Autsch. Oh, ja, da ist auch nochmal Eisen. Ah, toll, jetzt ist mein, äh, meine Spitzhacke im Arschrügeln. Da ist noch ein bisschen Eisen. Da ist noch ein bisschen Eisen, hier. Da ist schon reparieren alles. Ja. Ich hab leider keiner mehr mit, aber wir machen dir gleich eine neue. Ich hab jetzt gerade, ähm, 31 Eisen und 5 Dias. Kracher, ja, ich hab auch nochmal 5 Dias. Dann können wir gleich mal nochmal, äh, also kannst du auf jeden Fall gleich auch mal eine Dias-Spitzhacke. Juh. Äh, so, gehen wir mal hier hoch zum Gavi gerade, oder? Wo bist du, Mario? Äh, hier, unten. Aber mir fällt gerade ein, dass ich hier extra mehrere Spitzhacken vorhin gerade gemacht habe. Ah, hast du welche? Ja, ich hab noch eine Steinspitzhacke. Achso, okay. Keine Ahnung, wie lange ich damit jetzt auskomme, ne? Stein ist ja, äh, Naja. Helfer an der Not sei so gern. Ja. Ja, vor allem kannst du damit ja keine Dias abbauen. Ja. Naja, ich, mal sehen, was ich noch so alles finde und dann komme ich einfach wieder hoch. Ja, alles klar. Ja, Eisen zum Beispiel wieder. Ja, hier, ich hab auch noch Eisen entdeckt. Boah, ich muss mich mal gerade ein bisschen aufrecht, äh, hocken, um meinen Nacken wieder etwas zu entlasten. Und deswegen bleibe ich mir gerade auf der Stelle stehen. Und das seht ihr, glaube ich, gerade sowieso nicht, weil der Gabel mit der Kamera ja im Jenseits ist nahezu. Mein Nacken tut weh und meine rechte Hand fühle ich nicht mehr, weil kein Blut mehr drin ist. Furchtbar. Ja. Ich bräuchte mal einen neuen Stuhl, ey. Ich könnte gar nicht mehr vernünftig sitzen, ohne dass mein Arsch jedes Mal wehtut, ey. Mein neues Handy ist da. Ich habe ein neues Handy mit einem I drauf und wollte gerade meine SIM-Karte da reintun. Stelle fest, die SIM-Karte, die da rein muss... Also meine SIM-Karte müsste ungefähr um die Hälfte kleiner sein. Meine SIM-Karte passt da nicht rein. Ich habe ein iPhone und kann es nicht benutzen. Ich könnte ausrasten. Ich wusste, dass diese teuren Taschenrechner scheiße sind. Ich hätte es wissen müssen. Ja, wenn der Gabi sich da alleine verlustiert, dann bullel ich hier auch nochmal. Ja, ich denke, wir wollten hier weitergehen, aber hier ist sowieso... Ja, ich denke, du kommst einfach nochmal runter, weil wir nochmal ein paar Spitzhacken craften wollten und so, ohne vielleicht von irgendwelchen Viechern überrascht zu werden. Warum machen wir das nicht hier? Weil von Viechern überrascht werden? Alles ausgeleuchtet auf dem Weg hierhin. In der Schlucht? Welche Schlucht? Redstone. Ich dachte, du bist in der Schlucht da. Ja, das ist keine wirkliche Schlucht. Achso. Wo seid ihr denn jetzt? Ah, ich sehe einen Namen. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Ich bin die ganze Zeit hier einmal ein... Ja, warte, hier können wir ja hingehen. Hier ist doch super. Stell hier mal was hin. Oh, da, guck mal, direkt Eisen gefunden hier. Ich bin der absolute Minenkönig. Die zwei. Was für zwei? Ich glaube, es geht los, ey. Ich glaube, es hackt. Ne, es hackt noch nicht, weil man ein Spitzhacken gleich kaputt ist. So, warte mal. Hier, direkt mal Eisen da oben rein. Kohlen. So, äh, Mario, du hast das Holz noch, ne? Jo, die sticks jedenfalls. Äh, Gabi, äh, warte mal. Ich mach mal direkt noch... Warte mal. Ich mach mal direkt noch zwei Öfen. Dann können wir nämlich auch noch mal grad ein bisschen was zu fressen. Äh. Ja, ja, du kannst dich prima da unten. Ich hab das schon gesehen. Du bist echt sehr talentiert und so. So, noch zwei Öfen. Warte mal, unten brauchen wir keine 45 Kohlen. Da holen wir mal draus. Okay, jetzt ist meine letzte Spitzhacka oben auf. Okay. So, warte mal. Äh, Gabi, oben hab ich jetzt mal Schnitzels reingetan. Da kannst du ja auch mal welche dazu tun. Ich hab keine mehr. Hä? Ne. Auch keine rohen? Nein, ich hab nur vier, also vier Gara hab ich, aber keine rohen. Ach so, okay. Krass. Mario, hast du noch, äh, Schweineschnitzelrohe? Ja. Na, war, die können wir dann nämlich gleich mal ein bisschen braten. Wo seid ihr denn? Ich bin ja grad in meinen, äh, Tunneln hier. Ja, dann gang zurück. Einfach. Hallo. Boi. Komme. Hallo. Na. Ne Gabi mit seiner leerer Brille. Guckst du mal ein bisschen runter? Gabi. Das ist sowas von scheiße, ey, du Otto, ey. Tu mal oben die Schnitzel rein, Mario. Ich hab in der Mitte, und da hab ich noch Eisen. Das ist echt schade, das kann ich ja keinem zeigen, das funktioniert ja nicht. Ne, ey, das sieht sowas von scheiße aus, Typ. Ne, doch, du kannst so mit R5 so anhegen. Ja, der guckt dann immer gerade aufs Gesicht, ne. Ja, genau. Scheiße, ey. Gerade aufs Gesicht. Ich seh, ich seh meinen Hinterkopf auf F5. Drück nochmal F5. Nein, wenn du nochmal F5 machst. Äh, wie geil, das wusste ich überhaupt nicht. Krass. Das ist auch neu. Das wird 1.9. Auf L. Total geil. Garfatti-Sticks. Juhu. Ich schmeiß mal meine, äh, meine Eisendinger hier gleich rein. Ja, alles klar. Ich hab schon alles reingeschmissen. Du kannst in die Mitte auch Eisen schmeißen. In die Mitte, ja genau, in die Mitte kann auch was rein. Ja, warte, dann nämlich hier von die Hälfte. Toll, ist die Idee. Genau, wo so ein Stack ist. Können wir mal ne Runde Diaspitzhacken machen. Oh, Gabi, wir müssen auf jeden Fall auch ein paar Obsidian-Blocks mitnehmen. Ja, dann, äh, ein paar Sticks so für jeden und dann. Ja, Sekunde. So. Äh, Sticks. Jo, hier. Sticks sind. Ah. Jetzt hast du alle eingesammelt. Ja, wollte ich gar nicht. Hier, warte, da. Ja, hab ich. Warte. Warte, ich mach mir noch ne Eisen-Spitzhacken. Gabi, gibst mir noch ein Dia. Dann mach ich noch, kann ich noch ne Spitzhacke machen. Tada, ich hab auch schon eine gemacht. Das ist mein letzter Dia. Toll, den hat jetzt der Mario. Ah, Mario, gibst du noch mal, du hast noch keine Dia-Spitzhacke, ne? Jetzt aber, warte, den einen Dia kann ich dir geben. Ah, okay, nee, dann muss ich ja nur noch eine für mich machen, ne? Oh, man, jetzt hab ich die Sticks schon mehr gekauft. Da, hier hast du die Dia. Ja, okay. Also habt jetzt jeder ne Dia-Spitzhacke. Ja. Warte, ich mach mir noch ne Eisen-Spitzhacke. Ja, mach das. Auch die Dia halten aber inzwischen echt ewig. Boah, äh. Ja, das war's ja, glaub ich, ne? Das ist mein Inventar voll, ey. Kann man nicht sagen, jetzt. Aber ich muss mal was wegwerfen. Hm. Schmeißt du. Ach, weißt du, warte, ich mach hier so einen komischen Tunnel jetzt hier in die Wand, mach den hinterher wieder zu und da schmeißt ihr einfach das ganze Zeugs rein. Ja, ähm, ja, soll man noch ein bisschen buddeln oder da in die Höhen da gehen? Ja, erst mal warten, bis die Öfen hier fertig sind, ne? Ja, schon, in der Zeit können wir aber noch ein bisschen buddeln. Hm. Ja. Okay. Aha, Redstone. Ja. Und Kohlen. Ich mach einen Block weg und hab Kohle. Und auch direkt Redstone. So. Jetzt hab ich gar kein Eisenschwert. Hast du gar kein Schwert? Äh, ich hab Holzschwert, äh, hier, äh, Steinschwert. Das ist kacke. Eisenschwert. Ja, mach ich mir jetzt auch schnell. Ich bin grad unter Lava, seh ich. Dann grab mal besser nicht nach oben. Ne. Ich werd's nicht tun. Aber hier ist natürlich genau Gold. Ja, das ist aber noch okay. So, und dann werd ich mich jetzt mal nach oben buddeln zu der Lava. Nein, da ist direkt Lava. Natürlich. Kurz. Cobblestone in die Hand. Ich nehm mal einen Wassereimer in die Hand. Ne, ich, ich buddel mich hier einfach mal nicht weiter. Ich lass das einfach mal bleiben. Sicher ist sicher. So, äh, ich mach dir noch ein Schwert, Mario, ne? Oder zwei am besten. Ne, ich hab schon. Ich hab hier Eisenschwert, zwei Stück. Ah, okay. Wunderbar. Drei Steinschwerter. Hat noch einer ein fast kaputtes Eisenschwert? Ne, ich hab grad eben repariert. Aber eins könnte ich jetzt schon noch gebrauchen, als so zum Reparieren nachher. Gabi, hast du ne fast kaputte Dierspitzhacke? Ne. Okay. Sonst könnten wir reparieren. Ich hab nämlich noch ne. Ja, der Fraß ist ja auch fertig. Ah, ne. Hat nochmal wer ein paar Sticks für mich? Oder kann mir einer schnell ein Eisenschwert machen? Oder egal? Hier, warte. Sticks. Hier, Eisen. Also brauchst du hier. Ziemlich mal zwei Eisen. Eisen hab ich. Ja, ich wollte eigentlich nur mein Inventar lernen, weißt du? Ja, ist schon klar. Gib dem Gavi mal den Müll, den du nicht brauchst. Oh. Der Gavi freut sich immer. Freut sich. Ja, gut. Und du? Also wenn du Müll haben willst, kannst du das Cubistone hier wegkloppen, ne? Ich hab hier einiges hinter versteckt. Ich muss auf jeden Fall mal grad hier wenigstens meine Hose und meine Chestplate mal austauschen. Ich hab aber jetzt auch nichts mehr. Ja, doch. Ich kann mir noch ein neuer Helm machen. Hier drunter ist Lava. Wie sieht's mit deiner Rüstung aus, Mario? Die ist so ziemlich heile. Ja? Cool. Ja. Warum schmeißt du die Feder weg? Ja, weil ich ein volles Inventar hab. Hat einer von euch Wasser? Ja. Ja. Weil hier ist Lava. Wir können uns ja irgendwie nach oben buddeln oder so und dann... Äh, ja. Ich steh mit dem Wasser hinter dir und halt's immer schön über dich, so dass ich bei Bedarf ausschütten kann. Warte, also würde ich jetzt hier so ein... Oh, scheiße. Nee, die waren auch ein Stück nach rechts. Äh, links. So. Wir machen jetzt mal so ein 1x1-Turm oder so weiter. Ist das Cobblestone? Weißte. Da oben ist Cobblestone. Ist der von uns? Ja, der ist von mir. Der ist von mir, glaub ich, ja. Da hab ich zwei Cobblestone-Blocken getan, weil ich die Lava wieder zugestopft hab. Okay. So, eisse. Hm. Warte, ich buddle einfach hier so ein bisschen. Kann man da reinjumpen. So, wunderbar. Oh mein Gott, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Oh shit, oh mein Gott. Warte. Ja, sauber, Jungs. Hervorragend. Hier ist Kohle und Eisen. Wunderbar. Dann volle Programme. So, ich nehm den Crafting Table wieder mit und dann sind wir hier eigentlich fertig. Ja, und auch die Reste plündern hier. Ach, scheiße. Nee, ich wollt noch eben die zwei... Hat noch einer Chicken, äh... Raw Chicken? Ähm... Ja. Hier ist wieder so ein Lavateuch. Falls ihr überhaupt sie da machen wollt. Lapis Lashvuli, das lass ich da. Ja. Ich hab doch mal... Der sollte das Zeug offiziell so nennen. Hatte mal Schnitzel, wo sind meine Schnitzel? Alter. Ich mach hier voll einen Aufathlet hier. Wozu alle sind denn meine Schnitzel hin? Also die Schnitzel aus dem Ofen hab ich. Also ein paar davon. Ich hab gar keins. Ich hab noch gar keins. Wie viele hast du, Gabi? Ich hab 22. Okay, alles. Ja, gut. Ich hab jetzt noch zwei Raw Chicken und zwei, äh... Pilzsuppen. Direkt alles löschen. Boah, scheiß mir gleich in die Rose hier mit der Leite, äh, Lava hier, ey. Zombie, komm her und voll in die Lava. Warte, nicht löschen! Ah, doch! Ich bin in Lava gefallen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh... Wo bist du? Ah, ah... Wo bist du, wo bist du? Ach, da hinten... Ich hab Lava-Dingen hier, äh... Warte, hier ist Wasser. Boah. Alter, du bist da noch rausgekommen? Ja, ja. Ach, du ne Sahne, Typ. Ich hab hier schön... Ja, jetzt haben wir auch sie da. Boah, hast du ne Sahne. Ja, ich hab ein paar Dinge kamen mir runter, dann bin ich in Lava gefallen, ey. Ja, ja, ja. Alter, voll die Sahne, ey. Oh, ho, 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 ho! Ey, das passiert uns... Das ist uns so oft schon im Let's Play passiert. Ey, das ist lustig, jetzt meine Rüstung ist aber noch heile. Ja, ja, die Rüstung, die bummst das irgendwie auch nicht so doll an. Oh, da ist auch Lava, das machen wir auch mal... Wir gehen jetzt erstmal was essen hier. Ja. Was macht das? Boah, Alter. Krass. Normalerweise steht dann da immer sofort, äh, Majoras Tritus in Lava. Aber das hat man schon so oft, dass wir in Lava einfach geflogen sind. Teilweise auch echt mit viel... Oh, oh, zwei Zompen, Creeper, alle verfolgen mich. Äh, gar nicht so. Wir kommen. Warte, wir kommen dir entgegen. Ja. Bei dir. Sauber. Wunderbar. Die zweite Zompe... Oh, ich hab noch zwei Diamanten und was weiß ich wie viel Werkzeug, ey. Ich hab jetzt echt hier, äh... Für einen Moment, ey, hätt ich eh einen Moment scheißen können, ey. Oh, Spinne und Lava und Schlucht und so. Hier ist glaub ich die zweite Schlucht, wenn mich nicht alles freut. Ja, ja, da können wir gleich mal reinlaufen. Ähm, aber erstmal müssen wir da hinten mal plündern und da ist nämlich glaub ich noch jede Menge... Was ist mit dem Opsidat jetzt hier? Ja, Gabi, da müssen wir noch ein paar Blöcke von mitnehmen jetzt, ne? Ja, ich geh mal runter. Ach, komm auch mit. Wofür? Wirst du jetzt ein Tor bauen, oder was? Na, ja, entweder später mal für Tor, aber auch hier für so'n, ähm, Hexentable. Ja, genau. Du musst halt nur aufpassen, weil da drunter meistens ja immer noch Lava ist. Boah, das ging auch mit der Efficiency 4 Hacke so schnell. Da ist hier unter dem dürfte keine Lava sein. Da ist hier unter dem dürfte keine Lava sein. Oh, pass auf, schubs mich nicht, Alter. Hier ist direkt Lava. Okay, ich bewege mich nicht. Ich stehe. Warte. Wird's gelöscht. Also ich hab jetzt 5, und du? Ich hab 3, äh, 2 sogar erst. Ja, dann hab ich wahrscheinlich noch 1 von dir aufgesammelt. Äh... Ja? Ich hab auch... Moment, Moment. 6 jetzt. Ah ja, cool, ja, das reicht dann. Ich hau' ich hier den noch zu Ende ab, und dann haben wir ja auch genug. Oh, nein. So, wunderbar. Warte mal da hinten, wo der Maio vorhin in Lava gefallen ist. Oh, shit. Oh, da ist auch noch. Warte, ich lösche. Wir müssen mal gleich... Haben wir nicht irgendwo... Wir müssen doch irgendwo mal hier Wasser finden, dass du auch mal deinen Eimer voll machen kannst. Boah, Alter, dass du da noch rausgekommen bist. Du hast so ne Sahne. Normalerweise schaff ich das manchmal vielleicht noch schnell den Eimer zu zücken und schnell Wasser auszukippen. Das klappt manchmal noch. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass ich so lange überlebt habe, aber... Ja. Ich kam auch nur knapp wieder raus, irgendwie. Ja, ja, ja. Hart, ey. Ja, da hinten ist Andrey und, äh, hier... Gut, dann gehen wir da nach oben weiter, ne? Genau, ja. In Chuck Norris' Zone, also schnell gehe ich auch nicht auf hier. Ach ja, genau, ja. Nichts richtig. Yo. Ja, Schuss für T. Wow, ich hört so ohne Andrey. Ich höre richtig zampfe mich auch. Da muss ein Spawner sein. Ja. Ich bin wie Jesus, nur laufe ich über Lava so. Warte. Wo denn? Hier in der Richtung. Warte mal. Ne, nach oben. Da, über uns. Ja, ja, ja. Direkt zwei Schuss Fritzis. Achtung Mario, hier fallen Zombies runter. Oh. Vorsicht, da werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Da kommt bestimmt so ein Creeper da, ey. Warte mal, da kommen wir bestimmt gleich hoch, wenn wir hier hinten weitergehen. Hier geht's in die große Schlucht nämlich. Ja, ja. Warte mal, ich lösche mal gerade hier. Pass auf, Zombie. Äh, ja, hilf mir mal, Alter. Ich hatte Wasser in der Hand. Boah. Pass auf, warte, ne, ich mach da Wasser hin. Achso, ja, okay. Jetzt sind wir tatsächlich da angekommen, wo wir hinwollten. Ja, ohne Witz, ja. Passte das, wenn Lava noch an ist. Äh, Creeper, die fahrt. Ab in die Lava mit dir. Ja. Bam. Braver Hund. So warte kurz, ich jump hier mal hoch. Schuss Fritzi. Komm her, komm her, du Sau. So, einmal Lava komplett von oben nach unten ablöschen. Geh mal Eisen abfahren hier. Oh, äh, hier kannst du dir glaub ich doch mal irgendwo Wasser holen, ne? Oh, hier ist ein Skelett. Oh, hier ist ein Skelett. Da hinten ist eine, äh, ist eine coole Wasserquelle, die ist nicht so hoch. Moment, ich geb hier grad ein Skelett auf Fresse hier. Ja, alles klar. Da hinten kommt auch noch mehr, noch mehr Kram. Oh, Zombie platt. Schuss Fritzi auch und ich muss dringend essen. Oh, da kommt noch ein Schuss Fritzi. Ich fahr mal wieder ab. Hier, da, oh, ja genau, sauber. Hopp, jetzt hast du auch Wasser. Sehr gut. So, jetzt hab ich Wasser. Ja. Ja. Mehr Fackeln setzen. Da hinten ist Eisen. Jo, tatsächlich. Äh, ich geh mal grad da hinten ans... Oh, da hinten ist ne Ender Pussy und something. Ich geh mal kurz ans Ende der Schlucht da hinten und guck mal, ob da noch irgendwas... Äh... Ja, da war ich grad vorhin. Ich lass den einfach voll... Oh, da kommt ein Krüger auf mich zu. Nein, ich guck den einfach nicht an, den Ender Pussy flützen und hier ist auch Ende. Ja, da hinten brauchen wir uns nicht weiter umzugucken. Ja. So, okay. Auf jeden Fall den Boden im, äh... Den Boden im Auge halten. Oh, ich hör'n Slime. Oh. Slime? Ich mein, ich hätt'n Slime gehört. Ich hab' doch hier... Warte mal, bei dir eben, Gavi. Hier ist Gold. Oh mein Gott. Und Laffels, lasst du die? Ich hab' auch ne Zombe. So. Ich brauch' mal das Laffels ab. Ich glaub' ich hab' mich schlicht verhört. Oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Super. Da schmeißt du irgendwas weg, Kabel oder sowas. Ich passier' hier von so'n Scheiß-Zombie erstmal. So, keine Fackeln mehr, aber ich kann mir hier wieder welche machen. So, welch mit dem Scheiß-Kobbel jetzt hier? Braucht ihr denn Laffels? Nein. Oh, ich hab' das hier. So zum Böbel machen. Ne? Glöcke wurde ja. Ich disconnecte immer grad. Ja. Wie sieht's mit Gold aus? Ja. Als was anderes für Rüstung und sowas ist ja eigentlich nicht gut. Kann ich immer nehmen. Wir planen jetzt vier Gold. Ja. Schön. Gold ist immer super wichtig für die blöden Powered Rails. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, ja, ja. So, hier hinten ist nix mehr zu holen. Mein Gott, ne Ender-Pussy. Oh, hier geht's aber noch weiter runter. Viel weiter runter. Krass. Ich guck mir das hier unten mal an. Hier ist Eisen und noch ein bisschen... Ach, da ist ja auch der Mario. Hi. Hallo. Prima. Sind wir hier irgendwie doch am gleichen Punkt gelandet. Hier ist jede Menge Kohle. Hier könnten wir... Hier werden wir doch bestimmt auch noch irgendwo Dias offen finden. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich muss auf jeden Fall mal grad ein paar Fackeln machen. Äh, wenn ich Kohle hätte. Warum hab ich keine Kohle? Schwuler Scheiß. Hast du eben nicht noch die Öfen leer gemacht? Äh, ja, das hab ich mich auch grad gefragt. Frag bitte nicht weiter. Weißt du, wie viel Eisen da noch drin war? Nein, das Eisen hab ich alles mitgenommen, das weiß ich definitiv. Ich hab dann später nur noch mal die, äh, Chicken-Dinger reingeschmissen. Ah, okay. Dann, äh, wenn wahrscheinlich... Ich glaub das waren aber auch bloß 15 oder 20 Kohlen oder so. Naja. Na, ist natürlich scheiße, aber machst du nix. So, hier hab ich aber jetzt mal Kohlen gefunden. Kann aber keine aufsammeln, weil nämlich... Ich will gleich auf jeden Fall mal ein paar neue Fackeln machen. Alter, hier müssen wir auf jeden Fall noch Dias finden. Keine Frage. Ja, aber... So relativ gelegen hier. Zack, wieder neu. Auch wieder um. Ein Rotten... Ah doch, Rottenfleisch behalte ich mal. Da haben wir wenig zu essen. Ja. Rottenfleisch ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man einfach nur mal wieder Sandenergie auffüllen will. Ne. Ohne Witz, da ist Rottenfleisch. Gerade weil du auch in der, äh, Mine ja eigentlich fast nix anderes bekommst. Ja. Eigentlich wirklich nicht verkehrt. Enderman, Enderman, Scheiße. Ich glaube, jetzt tritt echt der Fall ein, den ich dir vorhin gesagt hab, Mario. Ich glaub ich muss gleich mal kurz für kleiner Königstiger. Eine kleine Werbepause. Ja, ohne Witz. Nein, wir machen keine Pausen. Nein. Ja. Wegen Nautstärke. Aber... Ja. Ähm, ich baue mich mal gerade hier kurz in Cobblestone ein. So. Und bin mal kurz... Äh, fort. Bis gleich. Boah, ich trau mich gar nicht jetzt auf Toilette zu gehen. Ich bin hier irgendwo in einer unerforschten Lande hier, ey. Ja, du kannst hier irgendwo einbauen. Einfach in der Wand. Weiße. Machst du zwei, zwei Blöcke frei, stellst dich rein und haust zwei Blöcke davor. Ah, fuck, 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 fuck. Holy shit. Da hat der Fritz sich eingebaut. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt keine... Keine Fackel mehr. Ich komm mal lieber ein bisschen zurück. Hei, Son. Wieso scheiß Enderman... Hier ist ein Andrey.